Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nie wurde das Versagen des Einblock-Parteiensystems deutlicher als beim Versagen bei der A45-Brücke. Denn eine Brücke geht doch nicht innerhalb einer Legislaturperiode kaputt. Nein, dafür braucht es Jahrzehnte der Misswirtschaft. Und Sie alle hier, Sie alle hier haben die knappen Ressourcen, sei es die Knappheit von Bauingenieuren, von Planern, von Geld. Sie alle hier haben im Einheitsblock diese Ressourcen nicht sinnvoll für die Brücken eingesetzt. Nein, Sie haben sie im Kampf gegen das Wetter verschwendet. Denn die Bauingenieure, die Planer, der Sand und der Kies und auch das Geld werden von ihnen durch ihre massiven Subventionen beispielsweise in den Bau von Windindustrieanlagen gelenkt. 537 Brücken sind in NRW in einem solchen Zustand, dass diese neu gebaut werden müssen. Das musste die Landesregierung bereits auf eine Anfrage der AfD im Jahre 2019 zugeben. Und wissen Sie, wie viel Geld es kosten würde, alle 537 Brücken neu zu bauen? Laut Landesregierung sieben Milliarden Euro. Sieben Milliarden Euro, meine Damen und Herren, das hört sich auf den ersten Blick viel an. Doch allein der Zubau aller Windindustrieanlagen seit Beginn der Legislaturperiode, also seit Mai 2017 bis heute, hat grob geschätzt 21 Milliarden Euro gekostet. Also das Dreifache. Hätten Sie einfach mal zwei Jahre keine Windindustrieanlagen gebaut, hätten Sie das Geld gehabt, um alle, ich wiederhole alle, diese 537 Brücken zu bauen. Eine solche Bauinitiative wäre das größte Umweltschutzprogramm NRWs gewesen. Denn was meinen Sie, was aktuell für eine Umwelt, für eine Ressourcenbelastung durch die kaputte Rahmen der Brücke entsteht? Denn für die Lkw-Fahrer und Autofahrer bleiben nur noch drei Wege. Entweder die Schleichwege durch die Wohngebiete in Lüdenscheid oder einen 100 Kilometer langen Umweg über Kassel oder einen 50 Kilometer langen Umweg über Köln. Was glauben Sie, wie viel Sprit wird da zusätzlich verfahren? Und zudem verlieren die Autofahrer durch die Umleitung fast eine Stunde ihrer Lebenszeit und die Anwohner werden massiv belästigt. Alles aufgrund Ihres Versagens. Denn Sie alle haben hier versagt. Sie haben versagt beim Bau von neuen Brücken. Sie haben versagt bei der Sanierung von Brücken. Und Sie haben versagt bei der Prüfung all dieser Brücken. Ihre Prüfverfahren finden häufig gar nicht statt, weil Ihnen das Personal fehlt. Und wenn Sie prüfen, dann prüfen Sie mit veralteten Methoden. Die Prüfnorm ist mehr als 20 Jahre alt. Dabei hätte man längst flächendeckend neuere, modernere Verfahren einsetzen können. Beispielsweise Verfahren wie die Laserscan-Untersuchung. Das hätte man längst in einen Regelprozess überführen können. Viele der Fahrer nutzen nun die Umleitung über Köln. Und das bedeutet, dass diese Fahrer dann über Brücken fahren, die in der Beurteilung bei der letzten Überprüfung noch schlechter abgeschnitten haben als die Ramede-Brücke. Während die Ramede-Brücke 2017 noch die Note 3,0 erhielt, waren die Noten für die Leverkusener Brücke und die Schwellen-Metall-Brücke deutlich schlechter. Die Beurteilung dieser beiden Brücken lautet, ich zitiere, die Standsicherheit und oder Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Was glauben Sie, wie lange wird die Schwellen-Metall-Brücke die zusätzliche Belastung aus dem Umleitungsverkehr aushalten? Wenn nun diese Brücke auch noch vor dem Neubau ausfällt, wird das Chaos im Sauerland immer größer. Und wer weiß, wie lange der Neubau der Ramede-Brücke tatsächlich dauern wird, denn inzwischen wurde eine Haselmaus und eine Zweifarb-Fledermaus gefunden. Allein die Umsiedlung dieser Tierchen und die Umweltverträglichkeitsprüfung wird das Verfahren für ein oder gar zwei Jahre verzögern. Meine Damen und Herren, die Menschen wollen, dass sich endlich etwas ändert. Die Menschen wollen, dass die Brücken… Inzwischen ist ja auch klar, dass alle 60 Brücken an der A45 neu gebaut werden müssen. Die Menschen wollen, dass diese Brücken schnellstmöglich gebaut werden. Doch sie alle hier lassen die Menschen hängen und kümmern sich lieber um breitere Radwege oder angeblich klimagerechte Wohnquartiere. Wir als AfD haben aber im Gegensatz dazu mit unserem Antrag aus Dezember 2019, also vor über zwei Jahren, wir haben damit gezeigt, dass wir bereit sind, neue Brücken zu bauen. Wer also möchte, dass wieder Fortschritt ins Land kommt, der kann dies nur mit der AfD bekommen. Für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank.